So meine Lieben, ja herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Es ist ja wieder soweit. Das große Deck für die kommende Woche ist da. Es ist sehr geldberufslastig. Es ist aber auch sehr, 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 sehr eindrucksvoll geworden, was deine Person angeht. Was kannst du dir Gutes tun? Wo geht die Reise für dich hin, dass du einfach mal auch nächste Woche auch sagen kannst, ja, zum Glück habe ich das getan. Ja, da wird es dir gut gehen. Da sind schöne Hinweise drin, was wir nächste Woche tun können. Eine wichtige Aufgabe ist auch dabei. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ich habe eine Gewinnerin gezogen. Wie ihr wisst, im Mitgliederbereich gibt es ja immer auch jeden Sonntag eine Verlosung. Ich verlose ein Deck, ein Reading unter meinen lieben Kanalmitgliedern. Das heißt, wenn auch du dazu kommen möchtest, freue ich mich natürlich sehr. Da ist kein Abo, kannst jeden Monat wieder rausgehen. Im Mitgliederbereich gibt es die großen Decks, gibt es die Verlosungen, gibt es den Patrick in der Küche. Dann gibt es Videos aus meinem privaten Umfeld, was ich denn sonst alles so tue. Also ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Dann bekommst du natürlich auch deinen ganz persönlichen Trommelwirbel von mir, der ich hier überhaupt nicht trommeln kann. Aber ich freue mich, wenn du da bist und dann, wenn du magst, auch dir viel Spaß mit dem großen Deck. Und die, die schon eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, viel Spaß beim Gucken. Servus! 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 Vielen Dank.